So, wie das als Beginn also ist, sind mir gleich mal ein paar entscheidende Fehler passiert. Zuerst war mein Akku leer und dann der Speicher voll. Blöde Sache. Ich hoffe, dass ich die Videos irgendwie zusammenschneiden kann, wenn nicht, sind es halt zwei. Also, mache ich mal mit dem Lipgloss weiter von Yves Saint Laurent. Ich musste ihn mir dreimal kaufen, bis ich ihn einmal behalten konnte. Ich weiß nicht so ganz genau, warum. Sie sind mir irgendwo in der Uni abhandengekommen. Schade. Aber wie man sieht, hat es sich auch nur so halb gelohnt, es dreimal zu kaufen. Weil, naja, ich habe es jetzt nicht so intensiv benutzt. Und mittlerweile mag ich Lippenstifte lieber als Lipgloss. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dieses gute Stück endlich mal aufzubrauchen. Damit es nicht mehr rumliegt und es wäre eine Schande, wenn es schlecht wird. Dann habe ich mir Anfang des Jahres eine kleine Lidschattenpalette von Essence gegönnt. Die heißt All About Nude. Und, ja, ich habe sie zweimal ausprobiert und dachte mir, hm, ich glaube meine alten Lidschatten gefallen mir besser. Und danach ist sie in der Schublade verschwunden und ich will sie weg haben. Deswegen, ich habe sie heute auch drauf. Ich habe sie mal probiert. Das sah heute Morgen auch noch ein bisschen intensiver aus. Aber, naja, ich werde mich jetzt damit schminken. Dann habe ich noch einen, was ich mir eigentlich immer kaufe. Einen Mascara von Lancome. Der heißt Hypnose. Und den gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange. Und da sind auch immer das, worauf ich gleich noch zu sprechen kommen werde. So kleine Kohlestifte dabei. Also hier für die Augen und, wie heißt das noch gleich, so entweder Abschmink oder ein kleiner Lippenstift oder so. Ist eigentlich ganz süß. Mein Problem ist nur, dass ich echt jedes Mal, wenn er so fast leer ist und ich denke, hm, am Anfang war es besser. Dann lege ich ihn auf die Seite und mache ihn nicht ganz leer. Und nach einiger Zeit schaue ich hin und denke mir so, hm, der ist aber eingetrocknet. Den kannst du mal wegwerfen. Und ich finde es einfach furchtbar, damit so umzugehen. Und das möchte ich ändern. Und deswegen brauche ich diesen jetzt mal auf. Also habe ich noch, ich habe noch eine Handcreme. Auch hier habe ich mal markiert, wie weit ich damit schon bin. Also ich habe sie jetzt drei oder vier Mal benutzt insgesamt. Und sie liegt auch schon relativ lange bei mir rum. Und die soll angeblich nach Macadamia und Vanille riechen. Und da ist für mich auch schon das Problem, weil ich finde nicht, dass sie nach Macadamia und Vanille riecht. Und offensichtlich fand ich das im Geschäft nicht so schlimm. Und dann habe ich mir einmal die Hände damit eingecremt und habe gedacht, oh Gott, wie riecht das denn? Und naja, sie ist nicht mein Fall. Aber es sind 100 Milliliter Handcreme. Man braucht Handcreme. Und ich sollte mir sowieso öfter die Hände eingecremt, damit man nicht hier so hässliche, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Bei mir geht ständig hier außen rum die Haut ab. Und das ist echt nicht cool. Und dafür wird sie wohl noch ausreichen. Dann habe ich noch eine Lip Butter vom Bodyshop. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Die riecht nach Zitrone. Und schmeckt ein bisschen so wie Brause-Zitrone. Also eigentlich ziemlich cool. Ich mag das aber nicht, wenn das in so kleinen Töpfchen ist und man da immer mit den Fingern reingehen muss und so. Normalerweise könnte ich auch über den Tag irgendwelche Lippenpflegeprodukte auftragen. Aber ich muss sagen, wenn ich mit der Bahn fahre und dann gehe ich in die S-Bahn und dann bin ich vielleicht in der Uni und wasche mir da nicht so häufig die Hände, wie ich es gerne tun würde, möchte ich ungern in so ein Tiegelchen fassen und mir das dann auf den Mund machen. Das finde ich einfach nicht so lecker. Und deshalb benutze ich sie nur zu Hause. Und wie ihr sehen könnt, habe ich vielleicht maximal die Hälfte benutzt. Ich würde es gerne aufbrauchen, weil irgendwann wird es ja auch schlecht und es ist nicht gut, es so lange aufzubewahren. Dann habe ich noch so eine Gesichtsreinigung von Clarence. Die ist so für eher ölige oder Mischhaut. Was ich habe. Ist eigentlich ganz nett. Da sind so kleine Peeling-Partikel drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier so. Ich habe sie eine Zeit lang benutzt und dann habe ich was Besseres gefunden. Und seitdem stand sie bei mir im Schrank und die war ziemlich teuer. Und deswegen ist sie es wert, aufgebraucht zu werden. Sie hatte einen Effekt, auch wenn mir die Anwendung vielleicht nicht so ganz so toll gefällt. Aber was mutt, das mutt. Dann habe ich noch von derselben Marke eine klärende Maske. Wie man sieht, ich habe sie ein paar Mal benutzt. Sie hat eigentlich eine ganz okay Konsistenz. Der Geruch ist auch in Ordnung. Ich habe jetzt eine von Lenkerste, die gefällt mir besser. Und deswegen muss sie weg. Und ich habe die Wirkung nicht so richtig erkannt. Kann sein, dass es bei anderen anders ist. Bei mir ist das halt jetzt mal so. Die ist irgendwie mit pinkem Klee. Klärt mich auf. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Danach habe ich noch... Jetzt kommt es. Zwei Dinge, die kamen so zusammen. Von einer Quelle, wo ich sonst keine Kosmetik her beziehe. Und zwar vom Teleshopping. Ja, so ein bisschen... Kann man auch gemischter Meinung darüber sein. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Weil ich das Gefühl hatte, dass sehr viele Leute da einkaufen. Und ich mich gefragt habe, warum denn eigentlich. Die Frage, warum eigentlich, ist noch nicht so ganz beantwortet. Wie ihr sehen könnt. Und ich habe beides benutzt. Also das hier ist einmal das Serum. Vitamin C, Power, keine Ahnung was. Das ist bis hier noch voll. Und das hier ist die dazu passende Creme. Da habe ich schon ziemlich viel aufgebraucht. Aber ich benutze sie nicht nur fürs Gesicht, sondern auch eben fürs Dekolleté. Die riechen ganz angenehm. Ich habe aber das Gefühl, dass die für mich ein bisschen zu reichhaltig sind. Und das sogar jetzt im Winter. Also aufbrauchen und auf keinen Fall neu kaufen. Und dann habe ich noch eine Sache. Wie schon erwähnt, zu diesen Mascaras gibt es ja immer diese Stifte dazu. Die man hier so aufträgt. Habe ich auch heute drauf. Sieht man wahrscheinlich mal wieder nicht. Sie sammeln sich an. Ich kann die irgendwie nicht so schnell aufbrauchen wie ein Mascara. Und deswegen ist noch so viel von ihm übrig. Und ich möchte ihn gerne aufbrauchen, weil ich glaube ich noch sieben Stück in der Schublade habe. Und zwar genau die gleichen. Weil es gibt immer genau die gleichen dazu. Also aufbrauchen. Und keinen flüssigen Eyeliner mehr kaufen. Erstmal. Und ich hoffe, dass ich das binnen des nächsten Monats schaffen werde. Ich werde euch ein Update machen oder vielleicht auch mehrere. Und ich habe für die einzelnen Kategorien sozusagen auch immer noch Sachen in Reserve. Die ich auch in meinem Schrank gefunden habe. Und die ich auch gerne aufbrauchen möchte. Und wenn euch mein erstes Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und bis bald hoffentlich.